Hallo, ich bin Cordula 20. Und ich bin Robin Neuendorf. Und ihr schaut das erste Video der neuen Reihe des Goethe-Instituts für Deutschlehrkräfte, in der wir über aktuelle Trends in der Bildung und im Unterricht Deutsch als Fremdsprache sprechen. Wir haben mit Lehrkräften aus verschiedenen Städten und Ländern gesprochen und herausgefunden, welche Fragen sie gerade bewegen. In den kommenden Folgen erwartet euch also ganz viele Informationen über künstliche Intelligenz im Deutschunterricht, die Top-Songs zum Erlernen neuer Wörter und vor allen Dingen Tipps, um eure Unterrichtsvorbereitung zu optimieren. Heute sprechen wir jedoch über das kulturbezogene Lernen im Deutschunterricht. Robin, lass uns unsere Videos gemütlicher gestalten. Schließlich bin ich Gymnasiallehrerin für Englisch und Geschichte und du bist Klassenlehrer der 4. Klasse. Genau, und ich unterrichte Fächer wie Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Religion. Na also, wir sprechen ja hier mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Lass uns vorstellen, wir hätten uns mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern während einer großen Pause im Lehrerzimmer getroffen, uns eine Tasse heißen Kaffee eingeschenkt, uns in bequeme Sessel gesetzt und uns über die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Eigentlich eine tolle Idee. Dann macht eine Pause, nehmt eure Lieblingstasse zur Hand, vergesst alle Hefte und Arbeitsblätter. Die Lehrbücher können auch für zehn Minuten ruhen und kehrt dann zurück in unser virtuelles Lehrerzimmer. So ist es viel besser. Jetzt können wir anfangen. Robin, wir alle wissen, dass Schülerinnen und Schüler in Fremdsprachstunden nicht nur Grammatik regeln lernen und sie in der Praxis anwenden, neue Vokabeln kennenlernen, Ausdrücke auswendig lernen, Dialoge sprechen und so weiter. Sie erhalten auch eine Fülle soziokultureller Informationen über die Länder, in denen die Sprache gesprochen wird. Im Fall der deutschen Sprache sind das Deutschland, Österreich und die Schweiz. Genau, eine Deutschlehrkraft ist ein wenig Historiker, ein wenig Geografin, ein wenig Reiseleiter oder ein wenig Psychologin oder ein Kenner der Kultur, der Tradition und der nationalen Besonderheiten der Menschen und des Lebens in diesen Ländern. Und man muss immer auf dem neuesten Stand sein. Politisch, musikalisch, sportlich, die Themen, die im deutschsprachigen Raum in Trend fühlen und die aktuellsten Informationen haben. Nicht nur historisches Wissen. Robin, du sagst das alles so richtig. Und ich habe ein paar Projekte im Kopf, in denen die Informationen wirklich top aktuell sind. Aber ich denke, bevor wir über diese Projekte sprechen, sollten wir klären, was genau unter dem kulturbezogenen Lernen im Deutschunterricht verstanden wird und warum wir diesen Begriff verwenden, anstatt des uns geläufigeren Wortes Landeskunde. Okay, einverstanden. Die Diskussion darüber, wie Landeskunde unterrichtet werden sollte und welche Ziele die Schülerinnen haben sollten, läuft schon sehr lange. Denn klassischerweise verstehen wir darunter Daten und Fakten über Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihre Geschichte, politische und wirtschaftliche Struktur. Ihre Komponisten, Architekten und so weiter. Mhm. So wie du es gerade beschrieben hast. In diesem Fall handelt es sich um kognitive oder faktische Landeskunde. Die Hauptinstrumente waren immer Texte, Statistiken, Daten und deren auswendig Lernen oder Nacherzählen. Aber die Frage ist, inwieweit all dieses Wissen den Schülerinnen wirklich hilft, die Kultur der Länder und ihrer Bewohner besser zu verstehen und erfolgreich mit ihnen zu kommunizieren. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wer Goethe, Mozart, Gropius oder Crow sind, wann Weihnachten in diesen Ländern gefeiert wird und wo sich das Schloss Neuschwanstein befindet. Dieses Wissen reicht jedoch nicht für eine echte Kommunikation und gegenseitiges Verständnis mit Muttersprachlern aus. Das Hauptziel sollte nicht nur das Wissen um diese Fakten und Daten an sich sein. In den 1970er Jahren entstand ein kommunikativer Ansatz zum Unterrichten von Fremdsprachen zusammen mit kommunikativer Landeskunde. Das Hauptziel war die angemessene Verwendung der Sprache in Alltagssituationen und deren Verständnis. Dialoge und ihre Simulationen traten in den Vordergrund. In Cafés, Flughäfen und Geschäften. Länderspezifische Informationen wurden in dem Maße bereitgestellt, wie sie für die Lösung einer kommunikativen Aufgabe notwendig waren. Aber es ist unmöglich, die Schülerinnen und Schüler auf alle Alltagssituationen vorzubereiten. Daher ging die Entwicklung des methodologischen Denkens etwa zehn Jahre später in den 1980er Jahren weiter. Und die wissenschaftliche Gemeinschaft begann über den interkulturellen Ansatz der Landeskunde zu sprechen, bei dem der Fokus auf dem Verständnis kultureller Unterschiede zwischen dem eigenen Land und beispielsweise Deutschland oder Österreich lag. Mit anderen Worten mussten wir beim Erlernen der Sprache lernen, diese Unterschiede wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Genau, denn das soll helfen, Missverständnisse in der Kommunikation und im Leben zu vermeiden. Jeder kennt das klassische Beispiel mit der Pünktlichkeit der Deutschen und der Toleranz gegenüber Verspätungen in einigen anderen Kulturen. Doch die Menschheit steht nicht still und seit Ende der 1990er Jahre wurde die Kritik auch am interkulturellen Ansatz lauter. Es wurde kritisiert, dass solcher Vergleich von Nationen oder Ländern zu allgemein sind und Dualismus betonen. Das ist typisch für deutschsprachige Länder und das ist bei uns anders. Aber es gibt so viele Menschen und wir sind alle unterschiedlich. So sind wir heute zu einem kulturwissenschaftlichen oder kulturbezogenen Ansatz im Unterricht einer Fremdsprache und der Landeskunde gekommen. Eigentlich gibt es bis heute keinen einheitlichen Namen und die Diskussion läuft noch. Also wenn ihr Begriffe wie kulturbezogene, kulturwissenschaftliche oder diskursive Landeskunde hört, bedenkt, dass dies alles Glieder einer Kette sind. Damit ihr nicht durcheinander kommt, ist es wichtig, euch zu merken, dass jetzt nicht mehr Daten selbst, historische Fakten, wirtschaftliche Struktur des Landes oder typische nationale Merkmale im Mittelpunkt stehen, sondern wie wir, jeder von uns die Welt um sich herum selbst interpretiert, welche Bedeutungen wir Ereignissen beimessen, wie dieser Interpretationsprozess an sich abläuft. Das heißt, wir lernen nicht objektive Fakten und Realitäten, sondern wir lernen darüber, in einer Fremdsprache zu sprechen und zu schreiben. Wir verwenden bestimmte kulturelle Muster dafür. Den Schülern und Schülerinnen wird die Möglichkeit gegeben, am Diskurs in einer Fremdsprache teilzunehmen, um eine bestimmte Bedeutung kritisch zu reflektieren, ihre Interpretationen auszutauschen und zu analysieren. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Fähigkeit, ihre Deutungsmuster zu erklären, an ihrer Konstruktion in einer Fremdsprache teilzunehmen, ihre Bereitschaft zu entwickeln, die Deutungsmuster anderer Menschen zu verstehen und ihre Vielfalt zu akzeptieren. Denn wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist, sondern interpretieren sie durch bestimmte bereits existierende Strukturen unseres Wissens, verleihen der Welt Sinn, der sich durchaus von Mensch zu Mensch unterscheiden kann. Ja, ein interessanter Weg hat Landeskunde hinter sich, aber lass uns endlich darüber sprechen, wo man Materialien finden kann, die diesem Ansatz entsprechen. Oh ja, los geht's. Willst du anfangen? Mit Vergnügen, denn es geht um das Projekt Deutschland Kennenlernen. Auf den ersten Blick ist es einfach ein Plakat, aber wenn du dein Telefon darauf richtest, erwacht das Plakat zum Leben und die spezielle App liefert neue Informationen zum Nachdenken. Hier findet ihr alles Aktuelle über Deutschland. Wie die Jugend in Deutschland lebt, die beliebtesten Filme und Fernsehsendungen, wie der Arbeitsmarkt funktioniert oder das Schulsystem und noch vieles, vieles mehr. Um das Kennenlernen des Projekts zu Beginn, reicht es aus, die kostenlose App auf das Gerät herunterzuladen, die gewünschte Sprachversion auszuwählen und mit den Lernen zu beginnen. Wenn ihr im Klassenzimmer oder vor dem Computer seid, könnt ihr das Plakat aufhängen oder auf dem Bildschirm anzeigen lassen und dann erwartet euch und eure Schüler und Schülerinnen eine faszinierende Reise durch Augmented Reality. Aber selbst wenn ihr kein Plakat habt oder eure Schülerinnen unterwegs üben möchten, könnt ihr einfach die Ohne-Poster-Version in der App wählen und so in die Informationen über Deutschland eintauchen. Innerhalb der App findet ihr Videos, Texte, Fotos und interessante Aufgaben. Erzählt es auch euren Kolleginnen und Kollegen, die andere Fächer wie Geschichte und Geografie unterrichten. Denn auch an diesen Unterrichtsstunden ist Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Studienthema. Sie werden sicherlich interessiert sein und können es zusätzlich in ihrem Unterricht einsetzen. Neben dem Plakat und der App hat das Goethe-Institut Arbeitsblätter entwickelt, die ihr im Unterricht oder für selbstständige Arbeit nutzen könnt. Außerdem gibt es Antworten, Empfehlungen für die Anwendungen im Fernunterricht und QR-Codes mit Links zu zusätzlichen Videos und Musik. Lasst eure Schülerinnen und Schüler etwas Neues erfahren und dann besprecht gemeinsam, was sie darüber denken und wie sie sich zum Beispiel die Schule in Deutschland vor diesem Projekt vorgestellt haben. Ganz im Geiste der diskursiven Landeskunde und dazu noch technologisch. Deutschland kennenlernen ist übrigens auch eine ausgezeichnete Ergänzung zu eurem Lehrbuch. Merkt es euch deshalb am besten gleich vor. Robin Robin, du ziehst natürlich wieder alle Register. Aber ich habe auch sofort mehrere interessante Empfehlungen. Ich fange mit Videoinhalten an. Also 20 Videos unter dem Titel Deutschlandlabor, in denen die Moderatoren Nina und David zu den häufigsten Klischees über die Deutschen vordringen und ein vielfältigeres Bild der deutschen Gesellschaft zeigen. Sie reisen durch Deutschland und erfahren erstaunliche Dinge von den Menschen auf der Straße und hören von Experten und Expertinnen. Manchmal bekommen sie auch sehr unerwartete Antworten. Schaut euch die Videos ruhig an, wenn eure Schüler und Schülerinnen bereits Deutsch auf dem Niveau A2 beherrschen. Und für die Vorbereitung für den Unterricht sind zu jedem Video Arbeitsblätter bereits erstellt worden. Die Videos sind auch nicht lang, etwa fünf Minuten. Also könnt ihr sie leicht im Unterricht anschauen, Unklarheiten klären und alles besprechen. Nun zum Lesestoff. Hier empfehle ich euch natürlich die Zeitschrift vitamin.de. Es handelt sich um ein echtes, nicht digitales Magazin, das im Abonnement erhältlich ist und richtig nach Druck vorbereitet. In unserem Zeitalter der Technologie ist es manchmal schön, eine frische Ausgabe einer Zeitschrift in der Hand zu halten und sich das Lesen wirklich in Ruhe zu Gemüte zu geführen. Das Magazin ist speziell für Deutsch Lernende gemacht. Daher findet ihr darin nicht nur aktuelle Artikel zu den unterschiedlichsten Themen, sondern auch eine Liste von Wörtern mit Erklärungen, sowie die Angabe des Deutschkenntnis Niveaus für jeden Artikel und alle Aufgaben. Auf der Website gibt es auch noch zusätzliche Materialien, Audiodateien und Arbeitsblätter. Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr. Auf der Website könnt ihr frühere Ausgaben ansehen und sogar einige Seiten direkt anschauen. Sehr schön. Dann werde ich noch über zwei Internetportale berichten, die bereits mit verschiedensten Informationen gefüllt sind, für alle Interessierten zugänglich sind und ständig mit neuen Artikeln und Unterrichtsmaterialien aktualisiert werden. Erstens gibt es das Portal PASCH.NET, die Website der Initiative Schulen Partner der Zukunft, kurz PASCH, die weltweit rund 2000 Schulen umfasst, die besonderen Wert auf Beziehungen zu Deutschland legen. Selbst wenn eure Schule nicht Teil dieser Initiative ist, könnt ihr dennoch die frei verfügbaren Materialien des Portals nutzen. Dort gibt es eine Vielzahl von Videos, Texten, Audiomaterialien für den Deutschunterricht. Einfach reingehen, nach Niveau oder Thema filtern und das benötigte Material finden und dazu passende Aufgaben auch zu den Arbeitsblättern. Da die Schulen der Initiative in verschiedenen Ländern sind, könnt ihr hier Informationen aus erster Hand nicht nur über Deutschland erhalten. Ich habe dort vor kurzem einen Artikel darüber gelesen, wie zum Beispiel in Indien das neue Jahr gefeiert wird. Das zweite Portal ist Step into German. Eine Website, die von den Kolleginnen und Kollegen des Goethe-Instituts in San Francisco erstellt wurde und seit 2015 mit Inhalten gefüllt wird. Die Website stellt deutsche Musik, Filme, das Thema Fußball in Deutschland vor, berichten über nachhaltige Entwicklung und im Allgemeinen über das Land. Genau solche Rubriken findet ihr im Menü. Im Inneren gibt es Podcasts, Artikel, Analysen der aktuellen Musikcharts und Informationen zur Bundesliga dieser Saison, sowie Porträts deutscher Städte und die Top 40 Erfindungen aus Deutschland. Alle Materialien von Step into German sind weltweit verfügbar und können im Unterricht frei verwendet werden, besonders in Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler Deutsch auf dem Niveau A2 beherrschen. Vergesst nicht, die fertigen Arbeitsblätter herunterzuladen und dann natürlich auch zu verwenden. Und nun abschließend gibt es von uns noch zwei Empfehlungen von Robin und mir, ganz allein für euch. Erstens gibt das Goethe-Institut jedes Jahr einen Kalender für das nächste Jahr heraus, der einem bestimmten Thema gewidmet ist. Sei es nachhaltige Entwicklung, Eco-Life-Hacks, Sport, Berufe oder Feiertage in Deutschland. Und man denkt, das Jahr ist vergangen, was soll ich jetzt mit dem Kalender machen? Aber für jeden Monat gibt es im Kalender Texte, Fotos, methodische Empfehlungen und Aufgaben. Also wenn ihr mit den Schülern und Schülerinnen das Thema Sport oder Hobbys ansprecht, schaut auch mal auf die Seite des Kalenders für das Jahr 2018. Dort gibt es Artikel über Schwimmen, Breakdance und Skifahren. Und als zusätzliche Aufgabe könntet ihr sie bitten, zu überprüfen, ob die enthaltenen Informationen eigentlich immer noch aktuell sind. Und unter den Kalendern gibt es einen, der dem Thema Freizeit in Deutschland gewidmet ist. Er wurde 2015 veröffentlicht. Daher habe ich für euch eine aktuellere Empfehlung zu diesem Thema. Das Goethe-Institut hat zu diesem Thema Texte, Fotos, Karikaturen, Statistiken an einem festen Ort gesammelt und Beispiele für Stunden und Aufgaben dazu ins Internet gestellt. Dort gibt es auch Artikel über beliebte Outdoor-Veranstaltungen, Extremsportarten und was Jugendliche tun, wenn sie nichts tun. Also wie man chillt. Schaut einfach mal rein. Ich bin sicher, ihr werdet etwas finden, das zu euch und euren Schülerinnen und Schülern passt. Oh Robin, wir haben eine volle Sendung hinbekommen. Damit nichts verloren geht und ihr auch nicht im Internet nach bestimmten Projekten suchen müsst, haben wir für euch alle Links zu den heute erwähnten Projekten in einer Infobox zusammengestellt. Schreibt uns einfach in den Kommentaren, ob wir euch heute auch überraschen konnten. Wir wünschen euch fesselnde Unterrichtsstunden und bis zum nächsten Video. Jetzt auf drei, eins, zwei, warte, drei. Tschüss! Unterricht! 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 Vielen Dank.